Ein Brand in einer Kfz-Werkstatt in Mühlheim hat für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten gesorgt. Starke Rauch und Flammenschein hatte die Anwohner der Lämmerspieler Straße aufgeschreckt, die sofort den Notruf alarmierten. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Werkstatt bereits voll in Flammen. Unmittelbar benachbarte Wohnhäuser wurden evakuiert. Außerdem stellte die Feuerwehr sicher, dass die Flammen nicht auf den angrenzenden Wald übergriffen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, trotzdem war der Einsatz für die Feuerwehr nicht ganz ungefährlich. Wegen der Löscharbeiten war der Bereich zwischen Ortsausgang und Kreuzung-Ulmenstraße-Südringen zeitweise voll gesperrt.